Teamwork? Bei uns, da arbeitet jeder für sich. Innovative IT-Lösungen für unsere Kunden? Pff, hier kommt alles von der Stange, da braucht's kein Kundengespräch. Können wir doch alles selbst. Spass bei der Arbeit? Bei uns gilt das Motto, work hard, work harder. Spass bei der Arbeit? Mit der WDR-Büste ist eine große Bühne. Sie wird in der WDR-Büste aufgerufen. Wir sind Sharpminds. Und haben gute Vibes! Bis zum nächsten Mal.